Hey Leute, wie geht's euch? Hier ist wieder euer Mirza mit einem neuen Ankündigungsvideo, denn ab 23 Uhr bin ich wieder live auf Twitch und es geht weiter mit dem zweiten Teil des Weekend League XXL Super Duper Pack Openings. Letzte Woche habe ich ja nach meinem ersten Team der Woche Set ja schon Naikola angezogen und Kane und deswegen habe ich dann aufgehört und heute und diese Woche, also heute gibt es ein unglaubliches Team der Woche zu ziehen und das war das Beste, was ich machen konnte, denn ich habe noch fünf Team der Woche Sets übrig, wir werden sie live im Stream ziehen und es sind so viele geile Spieler dabei, ich bin echt gespannt, was ich heute ziehen werde, vielleicht habe ich ja wieder Packlack, der Link ist in der Beschreibung, ich freue mich auf euch, dieses Mal noch etwas später, beim nächsten Mal schaue ich, dass es früher wird, aber 23 Uhr, ihr werdet es nicht bereuen, schaltet ein Leute, das wird so geil, bis gleich.